Blabla! Hey meine lieben Freunde und Kinderchen! Ja, was geht? Willkommen zurück zur Minecraft Super Mario Edition! Ja, 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 ja! Kinder, ein allerletztes Mal willkommen zurück zur Minecraft Super Mario Edition! Heute gucken wir uns die, ich sag jetzt mal so auf gut Deutsch gesagt, die nördliche Seite, oder die nördliche Hälfte, oder die obere Hälfte der Mario Welt an. Wir haben uns ja beim letzten Mal hier das untere vorgenommen und heute überfliegen wir den oberen Teil, wie im letzten Part, wie wir das schon getan haben, das Ganze mit überfliegen. Wir gucken uns ein paar Pilzhäuser an, gucken uns ein paar unterirdische Lorenstellen an und so weiter und so fort, wie wir es im letzten Part gemacht haben. Heute nur mit dem Unterschied, dass wir uns den oberen Teil angucken, ne, die nördliche Hälfte, wie ich gerade eben gesagt habe und wir fangen direkt mal an, knackig, nackig, wie wir drauf sind mit dieser, riesigen König Bob-Omp, ja. Hier ist ja wie gesagt das Schloss von Peach, das gucken wir uns wie gesagt ganz zum Schluss an, deswegen würde ich auch sagen, dass wir erstmal in diese Richtung fliegen. Oh, das ist ein perfekter Abschluss, würde ich sagen, Alter. Ganz ehrlich, das ist perfekt. Hier ist ja wie ihr wisst, der Spawn, ne, da wohnt ja der gute Mario. Guten Tag. So. Besonders, guckt euch mal. Unten links beim See, oder bei diesem riesigen Meer, wo auch dieser riesige Bowser-Kopf ist, die helle Fläche an. Es sieht einfach wie Bowser aus. Wie heftig ist das denn? Also, man muss da echt mal wirklich Shoutouts loslassen an diese ganzen Weltenersteller hier, dass sie sich hier so viel Mühe gegeben haben beim Erstellen der Welt. Also, ganz ehrlich, wir werden auch in diesem Part so ein kleines Resümee abziehen, wie ich diese Welt so im Großen und Ganzen finde und was ist denn hier? Hallo, was soll hier sein? Ja, was? Gold Brust, Gold Brustplatte, Goldhelm, Goldhose, Goldstiefel, Goldschwert, Goldspitzacke. Wir wissen ja, dass diese Goldsachen hier nichts wert sind eigentlich, aber trotzdem heftig. Und vor allem, ha, es ist so eine kleine Insel, die keinen interessiert und dann gibt es hier diese Sachen. Das ist wirklich heftig. Wirklich krass, aber was ist das hier? Das ist ein riesiger Baum, ne? Aber hier waren wir ja auch schon quasi. Ich weiß nur nicht, ob hier was Relevantes ist. Das habe ich mich auch schon damals gefragt, als wir hier waren. Ich glaube, in Part 5 oder so war das. Habe ich mich gefragt, ob hier irgendwas Relevantes ist und... Naja, ich bin nicht auf den Baum geklettert, weil ich immer dachte, hm, hier ist bestimmt gar nichts. Aber gut. So, hier haben wir das Geisterhaus, wo wir schon mal drin waren. Und da sind diese ganzen, ähm, knackigen, ähm... Warte mal kurz. Das ist der Eichenhain, Alter. Das fällt mir jetzt erst auf. Das ist einfach mal der Eichenhain. Das habe ich wegen Marios fettem Arsch, äh, wegen Luigis fettem Arsch nicht gesehen. Das ist hier der verdammte Eichenhain, Kinders. Dahingehend ist das ja auch kein Geisterhaus, sondern das erste Castle, oder wie ist das? Oder? Mal ganz ehrlich. Das ist krass. Das ist einfach mal der Eichenhain aus dem Super Mario Bros. U. Wie krass. Lasst euch das mal... Lasst euch das mal auf euch wirken, Kinders. Wie gesagt. Der Eichenbaum... Auf den achtet man erstmal gar nicht. Weil, ganz ehrlich, ihr lauft hier durch die Gegend. Guckt euch diesen Baum so aus dieser... Aus dieser Perspektive an. Und euch fällt da nichts auf, weil... Es ist einfach so groß... Hm... Weil das einfach so ein großer Baum ist. Und er guckt da quasi von unten auf rauf. Und wisst gar nicht, dass das hier diese Eichelpilze sein sollen. Wirklich krass. Ne? Und hier diese verschiedensten Level Points. Jetzt versteht man das nämlich erst richtig, ne? Was ist hier? Gar nichts. Okay. Hier das erste Pilzhaus. Hier das andere Pilzhaus. Da die Burg mit Bum Bum, glaube ich. Und hier das ist dann auf jeden Fall ein Geisterhaus, würde ich sagen, ne? Dann auf jeden Fall das hier. Wirklich gut. Wirklich, wirklich gut. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich die zweite Welt. Das kann sein, dass das hier die zweite Welt sein soll. Das hier ist mir auch aufgefallen. Das ist, glaube ich, so ein... So ein... Das ist das Schloss aus 3D World. Kann das sein? Mario 3D World? Mit der Fee, die hier irgendwo hier... In ihrem Glas... Drauf stand. Kann das sein? Ich glaube schon. Oh, das ist die zweite Welt von... New Super Mario Bros. US. Kann natürlich auch sein. Ne? Aber... Wobei mir das Schloss schon extremst aussieht wie... Das aus Super Mario 3D World. Wirklich. Das ist extrem krass. Wow. Besonders... Wie weit das alles hier reicht, Mann. Das ist vielleicht echt die ganze Welt aus... New Super Mario Bros. Dune nachgebaut. Da müsste aber auch hier irgendwo dein Limonadensdschungel sein, oder? Hau mal raus. Wenn hier die Geister... Oder was heißt Geister? Wenn hier die Eiswelt ist... Dann muss hier doch irgendwo auch... Ein weiteres kleines Luftschiff. Ist hier irgendwas anderes drauf? Hier ist gar nichts drauf, okay? Aber dann sag mal an. Ist hier irgendwo der Limonadensdschungel? Würde ich gerne mal wissen. Krass. Also ihr seht. Das kann man... Das kann man in diesen ganzen Parts durch Erkunden einfach alles gar nicht realisieren. Was ist das denn für ein riesiges Schloss? Wir gucken mal kurz auf die Karte, um zu sehen, wo wir sind. Wir sind... Okay. Wir sind knapp hier. Hinter der Mario-Statue. Okay. Warte mal. Besonders. Was ist denn da? Das ist ein braunes Pilzhaus. Was soll das bringen? Was? Wo kommst du denn her? Das ist die nächste Schallplatte. 7 von 12. Ob wir es heute schaffen, alle 12 zu finden, das müssen wir mal gucken. Ich gehe mal nicht davon aus, weil... Es ist mir egal. Ne? So an sich. So. So an sich ist mir das wirklich egal. Ja, ja. Hi. Da sind ja weiterhin diese ganzen... Diese ganzen Spots. Auch von der Wüstenwelt. Wir wissen es ja. Wir haben es ja schon gerade eben gesehen. Da ist der gelbe Hase. Vergessen wir ihn mal nicht, ne? Bye. Kai? So. Was ist hier? Das nächste Luren-Level oder was? Unter Umständen... Nein. Hier muss man quasi rein. Und dann springt man hier hoch. Und dann ist man hier. Okay. Gecheckt. Auf die Hand. Drrrr. Oh, ich mache heute alles kaputt. Wunderschön. So. Wir wissen ja, hier war ja dieses riesige Geisterhaus. Und da unten war ja das Level-End. Und da war auch wahrscheinlich diese ganz... Die Schallplatte drin. Genau. Die haben wir ja rausgeholt. Obwohl sie uns so egal war, haben wir sie rausgeholt. Ja, Kai. Die ist es also völlig egal, ja? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. So. Was mich aber auch interessiert hat und was ich bisher nie nachgeschaut hatte... Okay, warum ist hier... Warum ist das hier? Warum... Okay. Warum kann man hier hoch? Ist wahrscheinlich auch wieder so irgendwie von der... Weltenkarte so generiert. Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Und von da aus kann man auch da hoch. Aha. Ui. So, dann lasst uns mal ins Maul von Buhu reinfliegen. Ich würde gerne mal wissen, ob da was ist. Ob hier irgendwie eine Kiste ist oder so. Nein, hier ist gar nichts. Okay. Wäre auch irgendwie ein bisschen unfair gewesen, dass... Wenn man da irgendwie eine Schallplatte oder so versteckt, weil... Na ja, Kinas. Wie will man da hochkommen mit normalen Mitteln, ne? Ich meine, die Welt ist da so konzipiert, dass man die ganzen Schallplatten durch Rätsel lösen holt. Und nicht durch... Ich baue mich jetzt mal da hoch oder ich baue mich da durch. Wie ich das auch gemacht habe, ne? Ja, dafür habe ich sehr viel Kritik abbekommen. Ja, ich... Ich hasse mich auch selber, ja. Was ist das hier für ein Gebäude? Was soll das denn sein? Ja, ist das nass hier? Was ist das denn? Wo führt mich das denn hin? Ist auch wahrscheinlich wieder so eine Art Verbindung, dass man da hochkommt, ne? Genau. Und oben angekommen ist man hier. Aha. Interessant. Ja, ich habe eben dieses ganze Gebiet so ein bisschen überflogen. Jetzt gucke ich mir so ein bisschen von der Nähe an, von der ganzen Fülle her an. Ist ja ganz klar. Ne? Wir wollen das ja auch alles würdigen. Hier ist das nächste Levelend und... Hier waren wir auch noch gar nicht, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Richtig. Hier können wir auch noch gar nicht gewesen sein. Wow. Ein riesiger Schleim, oder was? Und hier wird Slime quasi generiert. Auch nicht schlecht. Und da hätten wir... Ein Kuchen. Hurra. Wunderbär. Wer auch immer einen Kuchen in diesem... Holden... Burgschloss versteckt. Ja, ja. Der hat's nötig. Das ist quasi diese ganze Winterwelt, ne? Aber ich frage mich trotzdem, ne? Wo ist denn dieser Limonaden-Dschungel, wenn man das hier alles aus... New Super Mario Bros. U nachgestellt hat? War ich hier auch schon gewesen? War ich hier auch schon? Ich glaube nicht. Die nächste Schallplatte! Das war die Nummer 8! 4 fehlen mir noch! Ah! Ich hab euch ja gerade eben schon mal gesagt, mir ist das egal mit den Schallplatten. Sollen... Sollen wir sie bekommen, oder sollen wir sie nicht bekommen? Das ist hier die Frage. Aber die Frage ist mir auch völlig egal eigentlich. Die ist mir so egal... Wie es mir auch nur egal sein kann. Jaja. Hier geht's auch wieder rein, ne? Richtig. Wahrscheinlich wieder so ein Loan-Level, ne? Oder? Nein! Hier kannst du hochfliegen. Bis dann hier. Ah, was dich hier hinbringt. Okay. Enderman! Sehen wir dich ähnlich auch mal. Mir wurde in die Kommentare geschrieben, das ist nämlich ein Shy Guy. Und ja... Es ist ein Shy Guy. Mit langen Armen und Beinen. Macht das Sinn? Ich glaub nicht. Aber okay. Bye! Stöp doch, du Arsch! Was willst? Nur weil ich unendlich Leben habe, greifst du mich nicht an? Aha! So. Ihr wisst, hier waren wir ja, glaub ich, schon im zweiten Part, oder so. Und haben hier, ich glaub, nichts gefunden. Enten. Na? Auch kaputt. Ich glaub, hier ist auch gar nichts. Wenn hier irgendwas war, dann waren das nur diese ganzen, äh... Sachen in diesen Chests. Also quasi das hier, ne? Und das haben wir auch alles schon rausgeholt. Ne? Hier waren wir gründlich. Das kann ich euch sagen. Ja, ja. So, von da aus gesehen. War ich dann schon hier? Nein, hier war ich nicht. Und hier muss doch auch irgendwas sein. Das ist, glaub ich, der Limonadendschungel, oder? Oder soll das quasi in dieses, äh... Sunshine-Setting gehen? Ja, soll es. Okay. Und hier ist auch nicht viel. Oder gar nichts, besser gesagt. Hier außen ist wirklich gar nichts. Bis auf dieses eine Luftschiff, da haben wir hier gar nichts. Okay. So, das Dorf, muss man nicht erwähnen, hatten wir alles schon gesehen. Ähm... Dieser hintere Bereich, der auch irgendwie... Was macht denn der Villager da unten? Ha! Ha! Sind alle runtergefallen. Opfer-HDs. Gut. Und hier dieser riesige Vulkan. Piazza Delfino. Vor allem, warte mal kurz. Ist hier nicht irgendwo was? Truhe oder so? Nicht? Aber hier hätte man wenigstens nochmal so eine schöne, knackige Röhre hinsetzen können. Nicht wahr? Ja, 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 ja. Wobei, ich glaube, man hat hier nirgendwo Röhren hingesetzt. Also... Also, bye. Hier unten ist auch keine Truhe. Auch gar nichts. Wobei, warte mal kurz. Okay, da ist nichts. Ich wollte schon sagen, hat man da jetzt irgendwie was reingepflanzt oder so? Das wär's ja gewesen. So, das Schiff. Hier war ich ja auch noch nicht drauf. Was ist hier? Auch nichts? Auch nichts. Okay. So, dann noch dieses Setting hier durcherkunden. Dann wären wir so gut wie durch. Hier, wie gesagt, die Eiswelt, in der wir auch schon mal waren. Und das mehrmals. War ich schon in diesem... Ja, hier war ich auch schon. Bei diesen ganzen geöffneten Türen erkenne ich mich immer gut daran, dass ich hier schon war. Deswegen ist es gut, dass ich das durchgezogen habe, die ganzen Welten über. So, hier ist so eine Art Übergang. Nach oben. Also, selbst hier waren wir auch schon, oder? Warte mal, das ist das Gleiche wie eben auch, oder? Ja, genau. Hier waren wir auch schon drin. Gerade eben vor einigen Minuten. Okay. So, Kinders. Das wäre die Welt. Ich hab euch ja gesagt, es wird kein allzu langes Let's Play, ne? Und jeder, der das im ersten Part mit den 40 Parts ernst genommen hat... Ha. Kinders. Ich schenke euch irgendwann zu Weihnachten ein Ironie-Wörterbuch. Und dann... Dann wisst ihr alle Bescheid. Super. Die rote Münze da oben. Auch nicht schlecht. Ring. Ring. Schön. Hier ist auch noch eine zweite Röhre, ne? Es gibt ja zwei Riesenröhren. Ist mir auch erst jetzt bewusst geworden. So richtig. Cool. Hier nochmal der Wickler. Ich glaube, den habe ich auch noch gar nicht in seiner Fülsten. In seiner vollsten Blüte gezeigt. Hier diese riesige SMW-Welt. Hier Bob Omp. Ohne seinen Bombenberg. Weil der Typ auch mega arm ist und sich das nicht leisten kann. Weil das voll die Lauchgestalt ist. Und hier die riesige Peach. Hi. Hi. Na? Mein kleines Schätzchen. Wie wäre es, wenn ich dir die Nase entferne? Hm? Oh. Soll man mal so richtig versaut sein? Wisst ihr was? Das sind wir mal. Denn. Peach, pass auf. Heute wird dir eine Fleischpeitsche kreiert. Du alte Dreck-Sau. Komm schon. Da unten. Wo haben wir denn die wunderbare Wolle? Hm? Wo haben wir die denn wohl? Hm? Ja, ja, ja. Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Komm schon. Gib mir doch die Wolle. Ob hier keine Wolle ist? Bin ich irgendwie dumm oder so? Oh. Das sind die zwölf Schallplatten, ne? Was sind das? Zwölf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Die soll es mal finden. Und ich entschiete mir sie heute. Guten Tag. Ich bin Radomeka und ich entschiete mir des Öfteren mal die ein oder anderen Schallplatten. Guten Tag. Hajo. Hajo, genau. Hajo. Hajo. Grosso. Hm. Aber warum ist denn hier keine Wolle? Dann, wenn man sie sucht, ist die nicht da. Ja, boah, ne Scheiß. Hier ist ich keine Wolle. Och, ist das Müll. Wisst ihr was? Da muss halt eben der Granit herhalten. Ja, hi. Denn heute bauen wir unsere lieben Peach. Ein dickes Gemächt. So. Sieht ein bisschen kacke aus, aber naja, Peach. Jetzt ist deine Nase unten rum. Weißt du? Wie sagt man so schön, wie der Name eines Mannes, so auch sein Johannes. Genau, richtig. Und deswegen kriegst du auch von mir den hier nochmal rein. Ne? Denn du hast eine Riesennase. Man nennt dich auch des Öfteren Pinocchio aka. Die Hexe. Siehst du aus wie so eine Schlange, die so... Du bist gefährlich, Peach. Das weißt du, ne? Hier, 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 hier. Du alte Dreck-Sau. So. Hier waren wir auch, glaube ich, in Part 3 oder 4. Und... Dahingehend sind wir durch. Wir sind durch, Kinders. Wir haben es geschafft. Alles haben wir soweit gezeigt. Selbst das hier, ne? Selbst dieses Pilz, das haben wir euch gezeigt. Nicht schlecht. Ansonsten ist hier im Dschungel noch was. Den ich hier auch so richtig schnell übersprungen habe. Ist hier vielleicht auch noch irgendwie so eine Festung oder... War es das hier? War ich hier schon? Ne, ne? Hier war ich noch gar nicht. Das heißt, hier ist ein weiterer... Tempel oder was? Das heißt, es gibt zwei im ganzen Spiel. Krass. Es sei denn, es ist der gleiche. Aber das glaube ich nicht. Ne. Es ist der... Es sind zwei unterschiedliche Dschungel. Tempel. So, was hat mich das jetzt... Was hat mir das jetzt gebracht? Hier wieder diverse Goldbarren, Knochen und Eisenbarren. Und hier baue ich mich wieder durch. Wir haben auch hier wieder eine Truhe mit... Drei Smaragden, die man tauschen kann bei den Villagern. Diamant, Pferderüstung, Knochen, Rottenflash. Bin ich der Einzige, dem das Ganze aufgefallen ist? Oder ist es wirklich so, dass es... In diesem Spiel hier, in dieser Welt hier, keine Sattel gibt, sondern nur Pferderüstungen? Ist ein bisschen doof, ne? Das Ganze ist dezent... Doof. Das kann man ganz genau so sagen. Ja, ja, ja. So. Hier sind wir ja wieder in dieser SMW-Welt. Da will ich auch gar nicht länger verbleiben drin. Kinders! Wir beenden das Let's Play. Wir haben uns ein Urteil fällen können. Diese verdammte Welt ist so unfassbar groß. Und hier wurde so viel Liebe reingepflanzt. Gerade auch im Gemächt der Prinzessin. Aber vor allem... Die Leute haben sich hier einen riesigen Kopf gemacht beim Erstellen der Welt. Die haben sich so eine verdammte Mühe gegeben. Die haben hier Wochen, wenn nicht sogar Monate gesessen, um das alles hier zu bauen. Und Kinders, würdigt das bitte mal. Das muss echt gewürdigt werden. Also ohne Scheiß. Mit einem Let's Play. Damit kann man das nicht würdigen. Man muss den Leuten echt danken, dass sie sich für diese Welt diese Zeit genommen haben. Und sich hier mehrere Wochen und Monate diesen Kopf gemacht haben. Na? Also da muss man echt schon den größten Respekt zollen. Ohne Witz. Na? Deswegen, Kinders, werde ich jetzt eben einen Hashtag einführen, der das Ganze so ein bisschen würdigen wird. Schreibt in die Kommentare. Hashtag MCWIU. Thanks. Ja. Hashtag MCWIU. Thanks. Für dieses Wunderbare Weltentum. Für diese wunderbare Welt. Für diese wunderbare Mario-Welt, die erstellt worden ist. Muss man wirklich ganz klar so sagen. Also man hat sich hier wirklich übertriebene Mühe gegeben. Ne? Und das muss man einfach mal... Das muss einfach mal gesagt werden, Kinders. Das ist einfach so. Hier ist zwar keine Züre, was ich ein bisschen schade finde. Aber egal, passt schon, Kinders. Mit einem Dreisprung kommt man halt eben auch irgendwie gut aufs Dach. Und wir sehen, dass hier gar nichts ist. Weder Yoshi... Noch irgendwas anderes. Noch die One-Ups. Gar nichts. Ne? Aber gut. Vor allem, was ist denn da? Nichts. Okay. Aber hier ist eine Kanone. Und die würde ich auch gerne mal mir anschauen, wenn das geht. Schade. Man hat aus diesem Brunnen hier keine Kanone gemacht. Das ist weiter ein Brunnen. Schade eigentlich, wenn man die ein oder andere Male gesehen hat, dass es auch diese verdammten Paublücke unter dieser Kanonen-Maschinerie gibt. Hätte man das hier auch extrem gut machen können, glaube ich. Aber okay. Kinders! Wir gehen ins Schloss rein. Gucken uns das Schloss ein bisschen an. Und sehen diese Eingangshalle aus. SM-64. Was ich ein bisschen schade finde, auch hier gibt es nicht diesen, 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 ich sage jetzt mal, auf Deutsch gesagt, naja, an der Decke gab es ja in SM-64 quasi diese Sonne. Die gibt es hier leider nicht. Hi. Sehr schade. So. Wir wissen ja aber ja, dass wir schon mal hier drin waren und hier gab es ja auch quasi dieses Bild. Ne? Ihr wisst. Bob-Oppes-Bombenberg. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wird es hier aussehen? Was? Hier kommt man nicht rein. Schade. Sehr schade. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist auch irgendwie klar, weil dieses große Schloss so nachzubauen, das kriegst du nicht hin. In diesen Proportionen in Minecraft. Das ist extrem schwer. Doch hier geht es nicht rein. Auch schade. Ja, jetzt baue ich gerade hier in die Wand rein. Wirklich schade, aber ganz ehrlich, man muss auch mal echt sagen, das wäre auch zu viel des Guten gewesen, ne? Hier ist auch nichts. Und hier scheint auch nichts zu sein, ne? Schade, es geht auch nicht ins Dachgeschoss. Leider nicht. Aber hier ist was. Die neunte Note. Wir haben neun von zwölf, Kinders. So. Ja, das, meine lieben Freunde und Kinder Jens, war das Let's Play zu Minecraft Super Mario Edition. Hat mir echt sehr Spaß gemacht, hier rumzulaufen, diese ganzen Bauwerke zu erkunden. Gerade diese, diesen ganzen, warte mal kurz, warte mal kurz, da ist ein Fenster. Schade. Ich dachte, hier wäre was gewesen. Sehr schade. Hm. Wird hier aber auch nichts sein, oder? Leider nicht. Schade, schade. Kinders, wie gesagt, das soll es für das Let's Play zu Minecraft Wii U Super Mario Edition gewesen sein, ja. Mit dem Blick auf diese korpulente Peach, auf Captain Todd und auf dieses wunderbare Schloss. Verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Es ist zwar ein bisschen kurz, aber das war auch irgendwie zu erwarten, ne? Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen mit meinem Kunden und so weiter, dann wäre das hier ein Let's Play geworden, was locker so 40 Parts erreicht hätte, wenn ich wirklich so drauf und dran gewesen wäre, alle Schallplatten zu holen, ne? Aber gut, man kann eben nicht alles haben im Leben, ne? Deswegen hier dieses Zeige-Let's Play von den ganzen Gedöns. Kinders, bis zum nächsten Let's Play. Bei mir läuft ja auch noch Minecraft Wii U, Minecraft Community, Ground Wars, da kann man auch reinschauen, nicht traurig sein, Kinders. Ich habe euch das meiste gezeigt, ich habe euch fast alles gezeigt. Das Einzige, was ich euch nicht gezeigt habe, sind die Spots der drei letzten Noten, die man sich hätte einsammeln können, der letzten drei Schallplatten. Da müsst ihr euch leider anderweitig umschauen. Vielleicht mache ich hieraus ja irgendwann mal so ein richtiges 100% Run Let's Play. Wir müssen mal gucken, Alter. Irgendwann. Ne? Unwahrscheinlich, aber vielleicht. Mal schauen. Kinders, ich labere wieder viel zu lange rum. Bis zum nächsten Mal. Oder bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten irgendwas. Haut rein. Ciao.